Berthold Brecht hat an die Nachgeborenen geschrieben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Jedenfalls hat mir ein ehemaliger Toningenieur vom SFB geraten, du, da redet einer über Bäume, das ist so spannend, den musst du unbedingt einladen. Habe ich dann auch gemacht, nachdem ich gesehen hatte, dass sein Buch seit vielen Wochen an der Spitze der Bestsellerlisten steht und mein Kollege hat auch recht. Das geheime Leben der Bäume, Ludwig Verlag, 19,99 Euro. Der Autor ist Jahrgang 1964, studierter Forstwirt, war Beamter in der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen, kündigte und leitet nun den Forstbetrieb der Gemeinde Hümmel in der Eifel, bei der er angestellt ist. Herzlich willkommen, Peter Wohlleben. Guten Tag, Herr Kahle. Das sind ja auch spannende wissenschaftliche Erkenntnisse und natürlich eigene Erfahrungen als Förster. Und ja, es ist natürlich verpackt in einer sehr verständlichen Sprache und manchmal werden die Bäume auch ganz schön vermenschlicht, muss ich sagen. War das Absicht? Ja, und zwar, wie anders soll man das Menschen beibringen? Wir funktionieren jetzt einen ganz großen Teil über Emotionen, also je nach Wissenschaftler über 90 Prozent. Und wenn man Emotionen aus der Sprache weglässt, wie das Wissenschaftler eben tun, dann verstehen Menschen das nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum wissenschaftliche Veröffentlichungen, die es ja zu diesem Thema zu Hülle und Fülle gibt, nicht gelesen. Und das ist eben das, ich füge der ganzen Sache wieder die Emotionen dazu und auf einmal ist das eine ganz wunderbare Geschichte. Ob und wenn ja, wie die Bäume eine Sprache haben, soll uns jetzt interessieren. Es geht ja um das geheime Leben der Bäume. Also ob sie sprechen, ist nun nicht erforscht, aber es gibt so etwas wie eine Sprache. Wie funktioniert diese Duftsprache? Wir stoßen halt Schallwellen aus, Bäume stoßen Duftwolken aus. Die Frage ist natürlich, kann man sich damit dezidiert ausdrücken? Das wissen wir nicht. Also wir können momentan nur Abwehrreaktionen beziehungsweise Warnrufe entschlüsseln, aber immerhin, davon gibt es eine ganze Menge. Also Bäume stoßen zum Beispiel, wenn sie von Insekten befallen werden, einen Warnstoff aus, der andere Bäume vorwarnt, sodass sie sich schon rüsten können. Also Bäume denken nicht nur an sich, wenn man es mal so nennen möchte, sondern sofort auch an ihre Artgenossen, damit es allen gut geht beziehungsweise niemand unangenehm überrascht wird. Giraffen hat man auch beobachtet, wie sie sich verhalten, wenn sie Akazien anfressen. Das ist eigentlich der Ursprung dieser Duftsprache, also dass man das entschlüsselt hat und hat eben festgestellt, dass Giraffen an einer Akazie, Schirmakazie rumfressen und dann eben nicht direkt bei der nächsten weiterfressen, sondern immer erst 50 oder 100 Meter weitergehen. Und man hat dann herausgefunden, dass die Nachbarakazien alle giftige Abwehrstoffe eingelagert hatten innerhalb von Minuten, die Giraffe weiß das instinktiv und geht dann weiter. Und die Frage war halt, die man sich gestellt hat, woher wissen das diese anderen Akazien? Und ist dann darauf gekommen, dass das über Duftstoffe, in dem Fall ist es Ethylen, als Warngas funktioniert, sodass also die angefressene Akazie das verströmt und alle anderen, die das dann riechen, also Bäume können auch riechen, die lagern dann eben sofort diese Giftstoffe ein. Was mich fasziniert hat, ist, dass das nicht irgendwelche Duftstoffe sind, sondern speziell auf den jeweiligen Zweck zugeschnittene. Welche wechselnden Zwecke sind das? Ja, also man kann tatsächlich von Duftvokabeln sprechen. Besonders faszinierend finde ich, wenn zum Beispiel bei Ulmen und anderen Baumarten ist das nachgewiesen, dass wenn plattfressende Raupen da rumknabbern, an diesen Ulmenblättern, dann kann die Ulme das Schmecken an dem Speichel von der Raupe, welche Raupenart ist das, und ruft dann gezielt deren Fressfeinde herbei. Das sind bestimmte Schlupfwespen, die dann die Raupen befallen und von innen auffressen. Ja, das ist ein bisschen brutal natürlich, aber der Baum wird darüber seine Parasiten los. Was man auch weiß natürlich ist, dass Walnussbäume besonders gut gegen Schädlinge sind. Ja, also die dünsten eben auch Abwehrstoffe aus. Das machen übrigens viele Baumarten, die die Luft fast chemisch reinigen, könnte man sagen. Also gegen Pilze und Bakterien vorgehen mit ihren Ausdünzungen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Waldluft nach Untersuchungen aus Korea und Japan besonders gesund ist, weil auch unser Immunsystem davon profitiert. Und nebenbei ist das eben auch ein Grund, warum man zum Beispiel unter Walnussbäumen gut Bänke aufstellen kann, weil da im Sommer besonders wenig Mücken sind. Es wird in dem Gespräch ja wohl eben öfter um Intelligenz der Bäume gehen. Jetzt zum Beispiel, wenn man nämlich sagt, Bäume können spezifischen Speichel erkennen von irgendwelchen Bösewichtern und reagieren dann entsprechend, dann muss man ja fragen, woher wissen die das? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein angeborener Reflex. Das mag tatsächlich auch sein. Interessanter ist es aber dann, wenn man mal schaut, man muss ja in irgendeiner Form reflektieren können. Also aus Dingen lernen können und sein Verhalten ändern. Das würde man dann schon eher in Richtung Intelligenz verbuchen. Und das können Bäume tatsächlich auch. Das heißt zum Beispiel, wenn die mal eine große Dürre erlebt haben vor vielen Jahren, dann, wenn das Holz trocken wird, dann gibt es Mikrorisse. Das tut dem Baum wirklich richtig weh. Der merkt das und ändert dann für die kommenden Jahre und Jahrzehnte sein Verhalten, indem er zum Beispiel im Frühjahr weniger Wasser aus dem Boden zieht, damit das Bodenwasser auch noch im Sommer reicht. Das heißt also, er ändert nachweislich sein Verhalten. Er kann also lernen und vor allem, was besonders interessant ist für mich, er muss dann auch ein Gedächtnis haben. Da komme ich noch drauf, wo das dann sitzen mag. Das ist ja durchaus auch umstritten unter Wissenschaftlern. Nochmal erst mal zur Sprache. Da fließt auch elektrische Energie. Ja, also das fand ich besonders überraschend mit dem Duft. Das ist mittlerweile praktisch ein alter Hut. Aber die Bäume vernetzen sich auch über die Wurzeln. Und das macht auch Sinn, denn wenn zum Beispiel ein Wind durch den Wald geht, der trägt die Duftstoffe davon und die Bäume auf der windabgewandten Seite bekommen keine Warnung. Die bekommen aber ihre Warnung über die Wurzeln, die alle miteinander vernetzt sind, und zwar elektrisch. Da werden tatsächlich elektrische Impulse geleitet im Boden und Nachrichten transportiert. Und wenn die Wurzeln nicht reichen, dann kommen die Pilze zum Einsatz. Die Pilze durchweben den Waldboden wie ein dichter Teppich. Und auch die Pilze leiten tatsächlich Botschaften weiter. Ja, Sie nennen das das Internet des Waldes. Aber wie muss man sich das vorstellen, so ein Pilz da im Waldboden? Also wenn Sie jetzt da mal so eine Schippe nehmen, das sehen Sie ja auch gar nicht. Nein, also die Pilzfäden, die sind winzig klein. Also auf einen Teelöffel Walderde gehen mehrere Kilometer Pilzfäden. Und die haben tatsächlich das ganze Ökosystem vernetzt. Die hängen tatsächlich wie an so einem Glasfaserkabel. Und von daher ist der Begriff, den die Wissenschaft geprägt hat, dieses Wood Wide Web, also Internet des Waldes, wirklich richtig. Also da werden Botschaften transportiert, aber nebenbei auch Zuckerlösungen von Baum zu Baum. Also die Bäume sind ja sehr sozial und unterstützen sich auch gegenseitig. Aber die Pilze fordern dafür auch ein hohes Entgelt. Durch Leitungsgebühr sozusagen könnte man das nennen. Das ist bis zu einem Drittel der gesamten Photosyntheseproduktion eines Baumes. Also ungefähr so viel, wie der Baum in Holz investiert, also wie er in Holz nachwächst. So viel muss er ungefähr auch an die Pilze abgeben. Aber wie hat man denn festgestellt, dass diese Pilze die größten bekannten Lebewesen auf der Erde sind? Also sowas ist sehr schwer zu ermitteln. Und da geht es auch häufig in den Bereich der Vermutung. Aber das kann man natürlich über Genanalysen machen. Pilze haben genau wie wir auch einen eigenen genetischen Code pro Individuum. Und dann hat man eben Hochrechnungen angestellt, sodass man zum Beispiel in Oregon einen Hallimasch gefunden hat, der neun Quadratkilometer groß ist und geschätzt 600 Tonnen wiegt. Also das ist tatsächlich das größte Lebewesen der Erde. Aber der muss ja auch ein bisschen intelligent sein, wenn man das so sagen kann. Denn Pilze können dem Baum durchaus helfen, indem sie ihn sogar düngen. Das gibt es, das ist bei Kiefern zum Beispiel nachgewiesen, dass die Pilze da recht rabiat vorgehen. Wenn sie merken, es gibt einen Stickstoffmangel, das ist dann für die Bäume nicht besonders gut, dann geben sie Gifte in den Boden ab und töten die kleinen Bodentierchen. Und wenn die dann verwesen, dann wird stickstofffrei, was der Pilz aufnimmt und dem Baum zur Verfügung stellt. Also letztendlich könnte man sagen, der Pilz ist auch manchmal ein kleiner Metzger und schlachtet Tiere, um den Baum zu ernähren. Wir werden noch später über den Kampf der Bäume untereinander reden. Aber warum sind dann Pilze eher ausgleichend? Die Pilze kann man so pauschal natürlich nicht sagen, weil es irre viele Arten gibt. Also wirklich tausende von Pilzarten, nur als Beispiel über tausend alleine an totem Holz. Aber die Pilze, die mit den Bäumen zusammenarbeiten, die wirken tatsächlich ausgleichend. Und zwar nicht, weil die Bäume das möchten. Bäume verschiedener Arten mögen sich in der Regel nicht, aber Pilze haben Interesse an einem stabilen Waldökosystem mit möglichst vielen Arten. Und die zweigen heimlich Zucker, der eigentlich für andere Artgenossen gedacht war, also zum Beispiel von Buche zu Buche fließen sollte, den zweigen die beispielsweise auch für Eichen ab, damit auch andere Baumarten erhalten bleiben. Anderes Thema. Sie nennen das dann Sozialamt, haben es schon kurz angesprochen. Wie helfen sich Bäume untereinander? Bäume sind über die Wurzeln miteinander vernetzt oder auch eben über die Pilze. Und wenn es einem Baum schlecht geht, dann bekommt er Unterstützung von den anderen. Das heißt, die pumpen Zuckerlösung rüber, päppeln die wieder auf. Irgendwann kann es ja auch mal andersrum sein und man selber wird krank und bekommt von den anderen geholfen. Weil es für Bäume ist es eben unheimlich wichtig, die Sozialgemeinschaft zu erhalten. Weil nur ein Wald im großen Stil funktioniert, zum Beispiel klimausgleichend, ist eben sehr, sehr stabil über viele Jahrhunderte. Und dadurch kann jeder einzelne Baum viel, viel älter werden, als wenn er für sich alleine wurschteln würde. Sie schreiben sogar Baumbabys. Wie gesagt, menschliche Sprache werden gestillt. Also wenn man es jetzt wissenschaftlich ausdrücken würde, würde man sagen, ja, also über Wurzelverwachsung, über Pilzgeflechte, also auch das kann man noch komplizierter ausdrücken. Photosynthese, Assimilate, Kohlenwasserstoffe und so weiter. Nein, also man kann es auch anders ausdrücken und sagen, die werden tatsächlich gestillt von ihren Mutterbäumen. Also der Mutterbaum weiß, was sein Nachwuchs ist und pumpt dort gezielt Zuckerlösungen herüber. Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was wir mit unseren Babys machen. Aber Sie sagen, sein Nachwuchs, also das heißt, die machen das nur für die eigene Art. Richtig. Also Bäume können, wie die meisten Pflanzen wahrscheinlich auch, mit ihren Wurzelspitzen erkennen, ist das die eigene Art, welche Individuen sind das. Sonst könnte ja theoretisch auch die Wurzeln mit den eigenen Wurzeln verwachsen und die pumpen dann die Zuckerlösung im Kreis, wenn das so ein Automatismus wäre. Nein, nein, also die können das schon genau feststellen, mit wem verbinde ich mich da und dann eben auch die Aktionen einleiten. Forstwirte meinten ja lange, Bäume dürften nicht zu nah beieinander stehen. Man müsse sie von Konkurrenten befreien und den Wald also gewissermaßen ausdünnen. Ich verstehe jetzt langsam, warum sind das für Falschheiten, aber vielleicht sollen Sie es nochmal erklären. Ja, also eine Baumjugend dauert normalerweise 200 bis 300 Jahre. Also kleine Bäume. Jugend. Ja, eine Jugend, genau. Kleine Bäume müssen langsam wachsen, um alt zu werden. Da gibt es also eine tolle Studie weltweit an über 700.000 Bäumen. Nur wenn die langsam gewachsen sind, können die eben 500 oder 1000 oder noch viel mehr Jahre alt werden. Das ist natürlich für Forstwirtschaft eine Katastrophe. Wo bleibt da die Rendite? Wenn ein 100-jähriger Baum bleistiftig ist, da kann man nichts verdienen. Also werden die Mutterbäume gefällt, dann kommt sehr viel Licht auf den Boden und die jungen Bäume wachsen auf einmal ganz, ganz schnell. Aber das kann man vergleichen wie mit der Mastschweinehaltung. In dem Fall werden sie quasi mit Licht gemästet, werden sehr schnell dick, sind nach 100 Jahren im Durchschnitt schon erntereif. Aber es ist eben ein sehr ungesundes, schnelles Wachstum, genau wie bei Mastschweinen auch. Die könnten auch nicht mehr sehr alt werden, sollen sie auch nicht. Die werden ja schnell geschlachtet. Und so ist das bei der Forstwirtschaft auch. Ob die Bäume dann, wenn man die so pusht, ob die dann nur 200 Jahre anstatt 1000 alt werden, das interessiert nicht. Die werden ja eh mit 100 schon gefällt. Großes Thema jetzt bei uns im Gespräch. Also die Fichten, da ist es ja schwierig, die stäuben ja in riesigen Wolken ihre Pollen aus und die können natürlich dann auch auf die eigenen Blüten zurückfallen. Und deswegen blühen Fichten, die sowohl männliche als auch weibliche Blüten am Baum haben, zeitversetzt. Das heißt, erst die männlichen, dann die weiblichen am eigenen Baum. Aber dadurch, dass jeder Baum so ein paar Tage unterschiedlich anfängt zu blühen, stäubt immer irgendetwas von fremden Bäumen durch die Gegend von fremden Fichten, sodass die später blühenden weiblichen dann von fremden Pollen bestäubt werden. Und dann gibt es die Vogelkirsche, die stoppt die eigenen Pollen auf dem Weg zur Eizelle. Das ist eigentlich unglaublich. Das heißt, die kann das unterscheiden. Wie macht sie das? Die kann das unterscheiden. Also so genau weiß man das nicht. Sie hat ja das Problem, wenn so eine Biene durch die Kirsche krabbelt und Blüte und Blüte besucht, dann verschleppt sie ja ständig den eigenen Kirschpollen auf die eigenen nächsten Blüten. Und die Kirsche kann tatsächlich erkennen, von diesen Pollen wachsen Schläuche ins Innere der weiblichen Organe. Und die weiblichen Organe erkennen Stopp, das ist eigene Pollen und lassen den dann verkümmern. Also wie die das genau machen, ist noch nicht erforscht. Also es wird eben über Gene natürlich funktionieren. Aber wie exakt, weiß man nicht. Nur die unterbinden das ganz konsequent. Wie ist das bei den Buchen? Wie klappt das bei denen ohne Inzucht? Also bei den Buchen ist es eben ähnlich, dass das Zeitversetzt steuert. Aber da gibt es eben noch ein interessantes anderes Phänomen, was ich kurz erwähnen möchte, dass die Buchen, genau wie Eichen und andere Bäume, sich synchronisieren beim Blühen. Die synchronisieren sich, um Wildschweine loszuwerden. Das finde ich immer ganz toll. Weil Wildschweine würden die Eichel und Bucheckern auffressen und dann kommt natürlich kein Nachwuchs mehr. Also blühen Buchen und Eichen synchron nur alle vier bis fünf Jahre. Dann verhungern die meisten Wildschweine und auf einmal gibt es dann ein riesiges Angebot an Eichel und Bucheckern. Das können die paar Wildschweine gar nicht fressen. Die vermehren sich daraufhin natürlich explosionsartig. Aber im nächsten Jahr gibt es ja wieder nichts. Und dann verhungert wieder ein Großteil der Population und dadurch halten Waldbäume quasi die Fressfeinde ihrer Embryonen, so kann man es ja auch nennen, deutlich zurück. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also Sie sagen, die blühen dann versetzt, um Inzucht zu vermeiden. Das müssen Sie uns noch ein bisschen genauer erklären. Also das heißt, versetzt heißt, es blühen erst die männlichen und ein paar Tage später gehen dann die weiblichen Blüten auf, wenn die eigenen männlichen Blüten schon vertrocknet sind. Und dann kann der Pollen nur noch von Nachbarbäumen kommen, die eben beispielsweise ein paar Tage zeitversetzt anfangen zu blühen mit ihren männlichen Blüten. Das ist eine Möglichkeit. Das klappt nicht immer hundertprozentig, muss man auch ganz klar sagen. Also manchmal kommt es zu Inzucht, aber dann wiederum kommt der Effekt zum Tragen, dass wir eine riesige genetische Streuung in den Wäldern haben. Und dass immer wieder auch viel Fremdpollen dazukommen. Das heißt, es wird mal ein kleiner Sämling aus Inzucht auch wachsen in so einem Wald. Aber wenn der genetisch eben nicht stabil ist, dann verschwindet der wieder in den Millionen her von jungen Bäumen. Haben wir in dem Jahr ein Eichenjahr? Also ich habe hier auch bei Bäumen, die an der Straße stehen, aber einen Kilometer auseinander gesehen, das ist geradezu explodiert. Also das ist unglaublich. Genau, also dieses Jahr haben wir ein Eichenjahr. Die haben sich also alles schön synchronisiert, bei uns übrigens auch. Also wie die das genau machen, weiß man übrigens nicht. Aber die synchronisieren sich alle. Wir haben nur leider das Problem, dass Wildschweine eben häufig durch Jäger so stark gefüttert werden, dass wir immer eine hohe Population an Wildschweinen haben. Deswegen nützt den Waldbäumen das momentan nicht allzu viel. Die meisten Eicheln werden leider von Wildschweinen aufgefressen, sodass es kaum Eichennachwuchs gibt. Aber nur Saalweiden haben immer nur ein Geschlecht. Also Sie haben ja eben gesagt, die Buchen, da blühen dann erst die männlichen und dann an demselben Baum die weiblichen. Und die Saalweiden haben aber dann jeweils nur ein Geschlecht. Ja, das finde ich auch eine schöne Sache, so ähnlich eben wie bei uns oder grundsätzlich eben bei Tieren. Gibt es männliche Saalweiden, es gibt weibliche Saalweiden. Dadurch haben die das Inzuchtproblem natürlich nicht. Sie haben das Problem, dass Bienen die Reihenfolge einhalten müssen. Also sie sollten natürlich nicht zuerst zu den weiblichen fliegen und dann zu den männlichen. Dann wird es ja nichts mit der Bestäubung. Und deswegen ist es so, dass die männlichen Blüten deutlich attraktiver für Bienen sind. Die blühen so schön gelb. Da fliegen die Bienen zuerst hin. Und wenn sie ihren ersten Hunger gestillt haben, dann fliegen die zu den etwas unscheinbaren, so grünlichen, weiblichen Blüten, also zum Nachbarbaum und bestäuben den dann. Vogelbeeren, finde ich auch interessant, können wegen der Übertragung durch Vögel überall landen. Die Samen können dann aber bis zu fünf Jahre warten, bis sie auskeimen. Woher wissen die, wann es am günstigsten ist? Also so ganz genau wissen die das natürlich nicht. Also sie müssen auf jeden Fall erstmal überliegen. Das heißt, eine Frostperiode abwarten, weil sonst könnten die natürlich schon im Herbst keimen und erfrieren direkt im Winter. Die können nicht mehr richtig verholzen vom Gewebe her, halten im Winter dann nicht aus. Also einen Winter müssen sie auf jeden Fall schaffen. Und alles andere hängt dann von den Bedingungen ab, ob Licht und Wärme passen. Also als Beispiel kann ja sein, dass so ein Vogelbeersamen irgendwo zwischen dunklen Fichten landet. Und da hat das keinen Sinn zu keimen. Man vergeht dann wieder als Vogelbeere. Aber es kann ja sein, dass ein Wintersturm ein paar Fichten umkippt. Da kommt Sonne auf den Boden. Dann kommt entsprechend Wärme auf den Boden. Und dann startet die Vogelbeere. Herr Wohlleben, der Kampf der Bäume. Eine Buche wird mit 80 bis 100 Jahren geschlechtsreif. Und bei einer Lebensdauer von 400 Jahren kann sie 60 Mal fruktifizieren. Also circa 1,8 Millionen Buchäckern bilden, rechnen sie vor. Aber warum zieht jeder Baum statistisch gesehen genau einen Nachfolger groß? Ja, das ist eigentlich eine ganz logische Rechnung. Mehr passen nicht in den Wald rein. Also gehen wir mal davon aus, dass keine Forstwirtschaft betrieben wird. Es wachsen doch welche. Man sieht das doch, wenn ich durch meinen Wald gehe, sehe ich ganz viele kleine Buchen. Ja, die schaffen das bloß eben statistisch gesehen nur in einem von rund 2 Millionen Fällen bis ganz nach oben. Weil da stehen ja schon Mutterbäume. Und erst wenn ein Mutterbaum ausfällt, kann ein Baum wieder genauso groß werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht diese Sortiererei? Und das ist wie so ein kleiner Kindergarten oder eine Schule. Das heißt, Bäume müssen sich schön nach dem Licht strecken, nach dem bisschen Licht. Es kommen nur 3% Restlicht unten an. Und wenn die nicht gestillt würden von den Müttern, dann würden die per se schon mal sterben, diese kleinen Bäumchen. Aber jetzt müssen sie sich nach dem Licht strecken, nachdem ein bisschen was ankommt. Und kleine Bäume in dieser Baumgrundschule, die jetzt Blödsinn machen, also wie so ein Klassenkasper, einfach sagen, ach, ich wachse nicht nach oben, ich wachse mal nach links und nach rechts und mal eine kleine Kurve rein. Die fallen dann hinter die anderen Klassenkameraden zurück. Und das bisschen Restlicht, was ankommt, das wird denen dann quasi auch noch ausgeknipst, weil die anderen dann irgendwann drüber stehen. Und das wird immer weiter aussortiert. Und das ist wirklich schön zu beobachten, dass eben nach 100 oder 200 Jahren tatsächlich nur noch ein bis zwei Jungbäume wartend dastehen, und auf den Moment eben warten, bis der Mutterbaum keine Lust mehr hat und den Löffel abgibt. Aber das kann unter Umständen dann eben noch mal 200 Jahre dauern. Herr Wohlleben, das Thema Intelligenz haben wir schon angesprochen. Wenn man meint, Bäume haben so etwas wie ein Gehirn, warum vermuten Bonner Wissenschaftler jedenfalls das dann in der Wurzel? Dort haben sie gehirnähnliche Prozesse festgestellt, die dort ablaufen, also auch elektrisch und auch mit bestimmten biochemischen Abläufen, die ähnlich oder vergleichbar denen sind, die in einem Gehirn ablaufen. Das ist umstritten. Aber ich glaube auch, das ist deswegen ein bisschen umstritten, weil dann die Grenzen zwischen Tier und Pflanze anfangen zu verwischen. Und ich finde das auch gut so, weil diese Trennung, die ist im Prinzip rein willkürlich. Man hat gesagt, Tiere brauchen andere Lebewesen, um sich zu ernähren. Pflanzen können ihre Nahrung komplett selber produzieren. Und das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sieht man immer mehr Dinge, die bei Tieren und Pflanzen sehr, sehr ähnlich sind. Und wenn man das akzeptiert, dann taucht das nächste Problem auf. Dann müssen wir mit Pflanzen im Prinzip ähnlich umgehen wie mit Tieren. Und wir werden in Zukunft, da bin ich auch fest davon überzeugt, eine ähnliche Diskussion bekommen, wie bei den Tieren jetzt mit der Massentierhaltung. So ähnlich werden wir irgendwann über Pflanzen reden müssen.